Hopp! Soll ich das schön nach hinten greifen? Jawohl! Zwei Mal auf die Seite. Auf die andere Seite. Arme mitnehmen. Ich muss mal im Takt kommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr eigentlich immer den gleichen Takt hört wie ich, aber das macht nichts. Atmen tiefer. Hopp, hoch, hopp. Andere Seite. Hopp, hoch, hopp, hopp. Jawohl! Noch zwei Mal hin und her. Und noch tiefer. Tief hoch, tief hoch. Jawohl! Schnell noch. Hopp! Jawohl! Langsamer. Tief hoch, tief hoch. Hopp! Bleib! Und nur tief hoch. Jawohl! Sehr gut! Popo schön nach hinten. Achtung, wenn ihr unten geht, Arme hoch. Sehr gut! Acht noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. 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 Letztes Mal. Oberkörper noch mehr nach vorne. Lasst euch Hänge schulden schön nach hinten ziehen. Arme. Seitlich. Tief. Seite. Tief. Seite. Popo tiefer. Arme tief. Hopp. Hopp. Tief. Hopp. Bisschen schneller. Hopp. Tief. Hopp. Tief. Hopp. Tief. Hopp. Tief. Noch schneller. Hopp. Hopp. Und Popo schön tief lassen. Vielleicht kommt ihr mit den Fingerspitzen am Boden hin. Aber mit geradem Rücken. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Komm langsam hoch, Schulter nach hinten kreisen. Marschieren. Jawohl. Rollt über eure Zehen. Hopp. Zurück. Ohne Gewicht. Es darf nicht wehtun. Jawohl. Geht mal nach hinten zu eurer Harte. Falls ihr eine nachgebrochen nach vorne ein bisschen Platz. Achtung. Wir rollen runter in Liegestützposition. Knie weit schön nach unten rollen. Liegestützposition einnehmen. Erstmal kurz ankommen. Hallo Liegestütz. Und jetzt Popo nach hinten hoch. Herabschau in den Mund. Und kommt mit euren Händen wieder zurück. Und euch ganz langsam wieder nach oben. Und gleich nochmal. Tief und verrollen. Rollt euch nach vorne. Haltet in die Liegestützposition. Halt in die Liegestützposition. Und dann mit den Händen nach hinten krabbeln. Noch zweimal. Rollt euch tief. Haltet in die Liegestützposition. Herabschau in den Mund. Und langsam zurückkommen. Und noch einmal. Wir rollen nach vorne. Halten. Herabschau in den Mund. Und kommen zurück. Und langsam nach oben. Wir rollen nach vorne. Und ein Arm nach hinten kreisen. Und den anderen Arm nach hinten kreisen. Jawohl. Sehr gut. So dass euer Kreislauf wieder gut geht. Und wenn es ihm wieder gut geht, ein bisschen schneller nach hinten kreisen. Jawohl. Ihr könnt euch vom ganzen Oberkörper her mitbewegen. Also richtig locker lassen. Die Arme müssen auch nicht auf Spannung. Einfach nur mal nach hinten kreisen. Fächelt euch ein bisschen Luft zu. Weil es wird heiß. Die Maggie sucht den Grill. Vier noch. Drei. Schneller. Zwei. Letztes Mal auf einem Bein stehen. Hopp. Oh oh. Jawohl. Sehr gut. Bleibt so. Ja. Wir fangen an die Arme nach hinten kreisen. Kleine Kreisbewegungen. Und alles auf einem Bein. Jawohl. Damit euch nicht langweilig wird. Und ihr das jetzt ja schon drin habt. Nehmt euren Fuß nach hinten. Und nach vorne. Aber immer im gebeugten Zustand. Der Oberkörper bewegt sich nicht. Sondern nur das Bein schiebt nach hinten nach vorne. Jawohl. Mal gucken, ob ihr stehen könnt. Jawohl. Euer Standbein ist ein bisschen gebeugt. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleibt vorne, oben. Und euer Bein strecken. Und wieder zurück. Die Arme kreisen immer noch nach hinten. Wieder das Bein strecken. Und kommt zurück. Bein strecken. Kommt zurück. Und noch einmal Bein strecken und bleibt vorne. Jawohl. Und jetzt das Bein auch noch mit hoch und runter pushen. Jawohl. Das heißt, die Arme nach hinten kreisen und das Bein pusht. Und gleichzeitig noch stehen bleiben. Jawohl. Das sieht super aus. Haltet, haltet, haltet. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bein wieder anwinken. Die Arme machen immer noch weiter. Ich habe es fast vergessen. Auch wenn die Schulter brennen. Wir sind ja erst am Anfang. Quasi noch fast aufwärmen. Das Bein geht auf die Seite. Und wieder zurück. Die Arme pushen immer noch. Also immer noch Kreisbewegungen nach hinten. Jawohl. Zwei. Noch vier. Zurück. Drei. Zurück. Zwei. Zurück. Und letztes Mal. Zurück. Mal kurz locker. Alles ausschütteln lassen. Das Gute ist, ihr habt noch eine zweite Seite und Schultern habt ihr schon beide trainiert. Super, gell? Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Anderes Bein. Auf die Zehen. Auf ein Bein. Arme dieses Mal nach oben. Jawohl. Arme tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Jetzt genau das Gleiche wieder. Das Bein nach hinten schieben. Abgewinket. Abstientos hoch. Tief. Hoch. Yeroll. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Ja, super. Noch 4. Euer Steinbein ist ein bisschen gebeugt. 3, 2. Letztes Mal lass das Bein vorne. Die Arme machen weiter. Und jetzt Bein strecken. Und wieder zurück. Lang machen. Und zurück. Lang machen. Und zurück. Lang machen. Zurück. Noch einmal. Lang machen. Zurück. Und beim nächsten Mal bleiben wir vorne. Bleibt vorne. Die Arme machen weiter. Und das Bein pustet auch nach oben. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Immer weiter machen. Immer weiter machen. 4 noch. 3, 2, 1. Mal noch 8 mehr. 8, 7. Weil es so gut aussieht. 6. Versuch den Fuß oben zu lassen. 4, 8, 4, 3, 2. Letztes Mal. Und mal ab. Hopp. Ihr stellt euch nochmal auf das andere Bein. Nach oben in die Luft. Aber dieses Mal strecken wir es nach außen. Jawohl. Die Arme können stabil bleiben. Und jetzt macht ihr es vor das andere. Alles in die Luft. Und zur Seite. Hopp. Zur Seite. Hopp. Zur Seite. Euer Steinbein ist nicht ganz durchgestreckt. Jawohl. Jetzt macht ihr einmal vorne kreuzen und einmal hinter euch kreuzen. Jawohl. Aber nicht umfordern. Vorne. Hinter euch. Jawohl. Versucht euren Oberkörper möglichst gerade zu lassen. Jawohl. Macht es in eurem Tempo, so wie es für euch geht. Wer es hat, Arme nach vorne. Wir machen unsere Kristallkugel. Das heißt, die Arme bewegen sich auch. Jawohl. Während die Beine weitermachen. Ja. Sehr gut. So. Vier noch. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib vorne. Kleiner Push. Kleiner Push. Jawohl. Ihr steht immer noch. Das vordere Bein. Push noch ein bisschen mehr Seite. Jawohl. Jawohl. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Seitlich. Und nach hinten. Das ist genau das Gleiche. Und wenn ihr es habt, die Arme wieder weiter bewegen. Jawohl. 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 Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Haltet. Arme langsam. Stabil. Alle stabil. Haltet. 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 1, 2, und locker. Wenn ihr in der Fußsohle Krempe bekommt, ja jetzt kommt ja die andere Seite, das heißt ihr könnt jetzt ausruhen. 4, 3, 2, dann stehen anderes Bein. Auf die Seite. Jawohl. Erst nach vorne kreuzen, erstmal stabil stehen. Euer Gewicht ist auf dem Standbein natürlich, aber das ist nicht ganz durchgestreckt, das ist ein bisschen gebeugt. Jawohl. Arme nach vorne, ziehen wir nach hinten. Warten vorne und hinten ziehen, jawohl. Ja, genau. Ungefähr auf so unter Höhe. Euer Standbein ist wieder nicht durchgestreckt, noch 4, 3, 2, Wir machen wieder vorne-hinten, das heißt vorne, hinten, vorne, hinten, jawohl. Guck mal, ob es mit den Armen hinhaut, ansonsten sind die Arme nicht so wichtig, die Beine sind wichtiger. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. 4, 3, 2, letztes Mal und dann bleiben wir vorne, bleiben vorne, Beine pushen und die Arme könnt ihr auch wieder mitziehen, entweder Gleichstand oder langsamer. Die Beine und die Arme müssen nicht zusammenpassen. Wichtiger sind mir auch die Beine. Versuch stehen zu bleiben und zieh weiter durch. Jawohl, jawohl, jawohl. 4 noch. 3, 2, letztes Mal. Und dann, ein Bein auf die Seite nach hinten und auch klein den Push. Jawohl. In eurem eigenen Tempo, jawohl. Sehr gut. 4 noch. Versuch das Bein hin auch halbwegs gestreckt zu lassen. 3, Hallechen, zwei Letztes Mal, bleib aus Die Arme machen weiter Und kleine Push Sehr gut, sehr gut Ja, 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 ja Vier noch Drei Zwei Bleibt lang, haltet eure Arme vorne Und haltet Haltet durch Sehr gut Noch vier Drei Zwei Letztes Mal locker Wenn ihr jetzt so ein bisschen Eure rechte und linke auf seid, Ihr spürt, ist alles in Ordnung Wir machen jetzt weiter mit Kniebeugen Für die, die neu dazugekommen sind Machen wir erst mal langsam und nachher richtig tief, okay? Okay Stellt euch breiter als Schulterbreit hin Vier Drei Zwei Popo nach unten Tief Hoch Tief Hoch Tief Hoch Tief Tief Hoch Jawohl Tief Hoch Tief Hoch 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 Achtung, wir bleiben unten Achtung, wir bleiben unten Achtung, sieben Sechs Fünf Fünf Vier Drei Zwei Kommt hoch Und tief Achtung, sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Kommt hoch Und tief Tief Schön unten halten Ohne Schulter, kommt direkt nochmal und hoch Und hoch und tief Vier Drei Zwei Kommt hoch und tief Vier Drei Zwei Kommt hoch und tief Vier Drei Zwei Kommt hoch und tief So Die, die keine Knieprobleme haben, machen wir es die anderen bleiben zu stehen. Ihr geht tief, tief. Kommt hoch, kommt hoch, geht hoch. Und tief. Langsam runter, langsam hoch und kommt hoch. Tief. Absetzen, absetzen. Auf, auf, kommt hoch. Tief. Langsam absetzen. Passt auf eure Knie auf, ihr müsst sie nicht auf den Boden schmettern. Und bleibt immer schön tief, auch wenn ihr hochkommt. Ihr seid das erste Mal tief in Kniebeugeposition. Und wechselt mal das Bein ab. Mal kommt ihr mit dem linken hoch, mal mit dem rechten. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Noch vier Stück. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Und tiefe Kniebeugeposition. Achtung, was ich jetzt möchte. Wir gehen tief. Wir gehen tief in Kniebeuge. Drehen uns. Und dann machen wir Push. Vier Stück. Noch wieder zur Mitte. Andere Seite. Anderes Bein. Kommt alle auf die Knie. Wir fangen alle auf die Knie an. Vier, drei, zwei. Kommt hoch, egal welches Bein. Hoch, hoch. Eindring. Und vier, drei. Oberkörper gerade. Zwei. Letztes Mal kommt zur Mitte. Ihr seid tief. Und ab, ab. Wir gehen langsam. Hoch, hoch. Dreht euch. Und push. Wenn ich heute zu schnell bin, bitte macht einfach so in eurem Tempo, wie es geht. Vier, drei, zwei. Kommt zur Mitte. Langsam wieder tief. Tief, tief. Hoch, hoch. Dreht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Kommt zur Mitte. Anderes Bein zuerst. Langsam tief. Tief, tief. Kommt hoch. Dreht euch an und push. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Kommt zur Mitte. Noch einmal beide Seiten. Tief, tief. Kommt hoch. Einzig. Acht. Sieben. So. Einmal müssen wir die Beine putzen. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal kommt zur Mitte. Tief. Tief. Kommt hoch. Kommt hoch. Dreht. Und acht. Sieben. Schaut das hintere Bein push. Nicht das vordere. Noch vier. Drei. Zwei. Letzt Mal. Und hopp. Also ich hoffe, eure Bahnen langsam spürt ihr. Sie sind langsam ein bisschen warm. Aber ein bisschen reich. Achtung. Kommt an eine Seite von eurer Matte und geht auf Zehenspitzen. Lauf einen Schritt vor. Auf Zehenspitzen. Seite. Nach hinten. Seite. Nach vorne. So viel wie ihr habt. Achtung. Und rechts und links Platz auf Zehenspitzen. Hopp. Und wenn ihr keinen Platz habt, geht auf die andere Seite. Und alles auf Zehenspitzen. Und versucht, in die eine Richtung immer mit dem einen Bein vorzugehen. Und in die andere Richtung nur mit dem anderen Bein vorzugehen. Also immer das erste Teil, meine ich. Sehr gut. Alles auf Zehenspitzen. Der kann schneller. Alles auf Zehenspitzen. Und irgendwann das Bein wechseln. Jawohl. Sehr gut. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Rügel. Alles auf Zehenspitzen. Versucht, wieder an die gleiche Stelle hinzukommen, wo ihr vorher auch. Und wenn ihr verworst seid und ich, macht einfach vier und fünf. Es kann man nicht falsch machen, wenn ihr auf Zehenspitzen bleibt. Juhu. Und wer kann noch schneller. Und dann nur vor, zurück. Das ist einfacher. Nur vor, zurück. Vor, zurück. Ohne rechts und links. Nehmt die Arme mit. Alles auf Zehenspitzen. Mehr, 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 mehr. Jawohl, jawohl, jawohl. Vor, zurück. Vor, zurück. Vier noch. Kopf nicht hängen lassen. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib stehen. Kleine Push. Ihr bleibt natürlich auf Zehenspitzen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Fersen zusammen. Bleibt oben. Sie dürfen sich berühren. Und kommt hoch. Bisschen tiefer. Nicht absitzen. Hoch. Bisschen tiefer. Jawohl. Hoch. Tiefer. Wenn ihr wollt, die Hände hinter euren Kopf. Ellenbogen nach hinten zeigen. Macht die Schulter schön auf. Vom Büro sitzt nicht mehr immer so rum. Und schlägt immer jetzt in die andere Richtung. Bleibt oben. Kleine Push. Jawohl. In eurer Schulter, das wird euch eigentlich auch gar nichts wehtun. Das ist nur, damit ihr einmal ein bisschen Aufrecht versteht. Jawohl, jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleibt oben. Zehen zusammen. Große Zehen zusammen. Jawohl. Und jetzt Achtung. Hoch. Noch höher. Und tief nicht absitzen. Hoch. Tiefer. Hoch. Tiefer. Hoch. Tiefer. Hoch. Tiefer. Hoch. Tiefer. Bleibt oben. Kleine Push. Sehr gut. Sehr gut. Acht. Sieben. Zehen zusammen. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleibt oben. Haltet. Ja. Stellt eure Beine wieder normal in eure Füße. Also eher ein bisschen nach außen gerichtet. Und wir gehen nochmal. Vor. Vor. Zurück. Zurück. Vor. Vor. Zurück. Zurück. Ab. Ihr geht jetzt hoch. Stellt eure Füße ab. Kommt hoch. Auf. Auf Zehen. Wieder zurück. Absitzen. Hoch. Absitzen. Hoch. Absitzen. Hoch. Absitzen. Jawohl. Und wer es hat? Schneller. Versucht nicht die ganze Zeit auf Zehenspitzen zu bleiben. Immer wenn ihr hinten seid, ganz auf Fuß. Absitzen. Jawohl. Ich weiß, es fühlt sich komisch an, aber das probieren wir jetzt. Und jetzt mal anderes Bein zuerst, damit mal das Eingehen zuerst runter muss. Jawohl. Ja, ja, ja. Immer mehr. Hoch, hoch, tief, tief. In eurem Tempo. Wenn ihr schneller könnt, schneller. Vor, vor, zurück, zurück. Vor, vor, zurück, zurück. Und Ausstattung. Hopp. Sehr gut. Wir gehen Richtung Ende von unserem Mantel, wenn wir in die Liegestützposition. Vier. Drei. Zwei. Langsam hoch, vor Gott. Ziehen. Kommt in die Liegestützposition. Und haltet. Wichtig hier, eure Ellenbogen zeigen eher nach hinten. Nicht auf die Seite, okay? Drei. Haltet durch. Ihr haltet ja sowieso noch. Ich muss euch das ja nur kurz erklären. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal Knie absetzen. Kommt von den Knie ein bisschen vorder, mit eurer Knie und eurer Hüftensitz. Ein Arm vor, diagonales Bein nach hinten. Und es muss nicht hoch sein, sondern einfach nur nach hinten in freie Luft. Achtung. Ihr kennt die Übung. Ihr zieht Ellenbogen, Knie zusammen. Auf. Zusammen. Auf. Zusammen. Auf. Ich gehe mal davon aus, dass ihr schon mitmacht. Hopp. Auf. Hopp. Auf. Hopp. Auf. Acht Stück noch. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib klein. Kleine Push nach oben. Wirklich nur kleine. Sollt euch nicht den Rücken wehtun. Bein. Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Spannung in Fingerspitzen, Zehenspitzen. Noch drei. Zwei. Nur den Arm absetzen. Das Bein bleibt. Und jetzt das Bein nach außen lang machen. Nach außen lang. Hopp. Lang. Hopp. Lang. Jawohl. Eure Arme sind auf dem Boden. Zieht. Lang machen. Zieht. Lang machen. Vier noch. Drei. Zwei. Bleibt unten, aber nicht absetzen. Wir machen den Pipi-Hund. Also Bein seitlich. Zurück. Bein seitlich. Zurück. Wir machen unseren Popo heute platz. Seite. Zurück. Seite. Zurück. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Aber ich glaube schon. Hopp. Zurück. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal absetzen. Komm kurz hoch. Ausschütteln. Vier. Drei. Zwei. Vier. Füße. Andere Seite direkt aufnehmen. Lang machen. Jawohl. Wieder hier auf. Bein muss nicht übelst oben sein. Nur einfach so ein bisschen in die Luft. Und Ellenbogen-Knie. Zusammen. Lang machen. Zusammen. Runde rücken. Lang machen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Noch vier Stück. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib lang, kleine. Push nach oben. Nicht in die Schulter reinhängen, okay? Sondern schön rausdrücken. Blick ist nach unten. Zum Boden. Spannung in Fingerspitzen und Zehenspitzen. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleib oben. Halten. Hand abstellen und seitlich ranziehen. Weg. Seitlich. Lang machen. Seite. Lang machen. Jawohl. Das sieht gut aus. Kopf nicht hängen lassen. Macht es in eurem Tempo. Ihr müsst nicht hetzen. Ihr könnt es langsam machen. Dafür schön. Noch vier Stück. Drei. Zwei. Letztes Mal. Lass das Bein unten und Pipi stellen. Seitens. Knie anheben. Zurück. Seitens. Zurück. Und seitens. Zurück. Jawohl. Seitens. Zurück. Noch vier. Noch vier. Zurück. Drei. Zurück. Zwei. Zwei. Zurück. Letztes Mal. Kopf. Und ab. Und legt euch mal ab. Beine lang machen. Macht eine enge Wegestütze nach unten auf dem Boden. Jawohl. Legt eure Unterarme auf. Ellenbogen unter der Schulter. Beine aufstellen. Beine aufstellen. Zehen aufstellen. Jetzt entweder. Popo anheben. Entweder Unterarmstütz auf den Knie. oder ihr kommt hoch. Aber let's go. Kommt, kommt, kommt. Haltet Unterarmstütz. Hoch anspannen. Bauch anspannen. So. Entweder ihr bleibt jetzt in dieser Position. Oder ihr dreht den Ellenbogen ein. Kommt mit einer Hand hoch. Dann seid ihr auf dem seitlichen Unterarmstütz. Jawohl. Ihr dürft direkt weitermachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Hand von oben nach unten eindringen. Wieder nach oben. Wenn ich keine seilige Unterarmstütz machen will, bleibt in der Mitte. Oder wer so nichts halten kann, stellt das untere Bein ab. Und kann genau das gleiche machen. Okay? Entscheidet selber, welches Level ihr machen wollt. Noch vier Stück. Drückt euch schön von der Schulter raus. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Bleibt oben. Haltet. Vier noch. Drei. Zwei. Kommt auf Unterarmstütz. Ich gehe nicht, dass ihr bleibt. Halten. Hoch anspannen. Bauch anspannen. Halte. Halte durch. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal andere Ellenbogen eindrehen. Und komm seitlich auf die andere Seite. Auch hier entscheidet selber. Entweder Knie absetzen. Dann seid ihr, habt ihr ein bisschen weniger, äh, habt ihr es ein bisschen leichter. Und wer möchte? Eindriff. Komm zurück. Eindriff. Genau. In eurem Tempo. Noch vier Stück. Sehr gut. Noch drei. Noch zwei. Und letztes Mal. Bleibt oben. Vier noch. Drei. Schön rausdrücken. Zwei. Und komm in den Unterarmstütz. Nicht absetzen. Halte durch. Wer jetzt möchte, Knie Richtung Boden wieder hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Wer die Knie unten hat, bleibt dann ein Unterarmstütz. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und legt euch ganz langsam ab. Und kurz abliegen. Bleibt kurz liegen. Aber guckt Richtung Bildschirm. Eure nächste Aufgabe. Arme oben. Also nachher auf dem Boden. Aber wir machen mit dem Rücken weiter. Wir gehen tief. Seite. Hoch. In einem Plus tief. Und dann geht ihr Seite nach oben. Also bleibt am Bauch liegen. Beine in die Luft. Knie weg vom Boden. Arme lang machen. Ihr geht tief. Schwimm bewegen. Und dann geht ihr seitlich. Hoch. Tief. Seite. Hoch. Die Arme. Tief. Seite. Hoch. Tief. Seite. Hoch. Tief. Seite. Seite. Hoch. Jawohl. Noch vier Stück. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleibt lang. Bleibt auf Spanern. Vier noch. Drei. Zwei. Und kurz absetzen. Ihr dürft euren Kopf ablegen, aber die Beine in die Luft und paddelt mit den Beinen mal. Knie weg vom Boden. Den Kopf müsst ihr dafür auf dem Boden ablegen. Nur die Beine bewegen sich. Die sind noch nicht genug kaputt. Paddel, paddel. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Bleibt oben mit den Beinen. Arme lang. Die gleiche Bewegung. Wenn ihr wollt, paddeln mit den Beinen noch dazu. Also die Arme sind tief. Seite. Hoch. Wenn ihr wollt, paddeln mit den Beinen noch dazu. Die Arme gehen tief. Seite. Hoch. Und die Beine paddeln, was das Zeug hält. Oberkörper ist jetzt auch weg vom Boden. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Und tief absetzen. Wenn ihr so langsam unten im Rücken was spürt, ja, das ist euer Muskel. Hand gleich neben die Brust und schiebt euch mal nach hinten nach hinten und macht euch lang. Kommt nochmal, abliegen. Kommt nochmal in die Liegeposition. Achtung, was wir jetzt machen. Entweder Knie auf den Boden, Kupfer nach oben, schiebt euch hoch. Oder richtige Liegestütze. Dann legt ihr euch ab. Ablegen. Beine auf Spannung, Arme auf Spannung halten. Bis ich sage jetzt, dann wieder. Liegestütze, dann wieder abliegen. Und lang machen. Bereit seid ihr bereit? Wir fangen an mit Liegestütze. Vier. Drei. Zwei. Dritteln nach oben. Kommt langsam tief. Beine wieder Spannung, Arme lang machen. Alles halten. Atmen. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal die Arme wieder absetzen. Liegestütze hoch drücken. Und wieder tief. Und lang machen. Wichtig bei der Liegestütze ist, dass ihr nicht nur vom Oberkörper. hochkommt, dann den Popo hoch schiebt. Sondern versucht, erst den Popo hoch. Dann den Rest. Gesagt noch mal, Spannung habe ich mir gedacht. Vier. Drei. Zwei. Hände aufsetzen. Hände aufsetzen. Kommt in Liegestützposition. Tief. Und lang machen. Haltet durch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Liegestützposition. Drückt euch hoch. Und wieder tief. Lang machen. Vier. Drei. Zwei. Und ihr wisst, was kommt. Drückt euch nach oben. Und wieder ab. Vier. Drei. Zwei. Es geht weiter. Hoch. Ab. Lang. Vier. Drei. Zwei. Und. Hoch. Ab. Lang. Vier. Drei. Zwei. Und. Hoch. Ab. Noch vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Drückt euch hoch. Ab. Noch drei. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Kommt hoch. Noch zwei. Vier. Drei. Zwei. Hoch. Kommt hoch. Und letztes Mal absetzen. Absetzen. Langmann. Vier. Drei. Zwei. Absetzen. Kommt in Liegestützposition. Hoch. Tief. Und macht euch nach hinten lang. Sehr gut. Atme ganz kurz durch. Und dann dürft ihr auf den Rücken kommen. Wenn ihr erst in Sitzposition kommt, nehmt eure Knie zu euch und rollt euch ins Liegen. Wenn ihr anders schon auf dem Rücken angekommen seid, ist es auch in Ordnung. Beine Beine 90 Grad. Hände zu den Schläfen. Wir machen Crunches, aber wenn wir oben sind, machen wir kurze Pause. Ich zeige es euch mal. Ihr atmet aus. Kommt langsam wieder zurück. Okay? Bereit? Und los geht's. Kommt hoch. Haltet. Und kommt langsam wieder zurück. Kommt hoch. Haltet. Kommt langsam wieder zurück. Atmet aus und kommt hoch. Und jetzt langsam wieder zurück. Kommt hoch. Und kommt langsam wieder zurück. Kommt hoch. Und kommt langsam wieder zurück. Hoch. Zurück. Hoch. Zurück. Hoch. Zurück. Noch vier Stück. Hoch. Zurück. Noch drei. Zurück. Noch zwei. Zurück. Und letztes Mal. Bleibt oben. Wir machen unsere Arme langen Handflächen Richtung Deckel. Und wir pushen nach oben. Bleibt einfach vorne. Wer noch möchte, kann die Beine noch abwechselnd mitnehmen. Die Arme pushen immer noch nach oben. Oberkörper ist immer noch in voller Spannung. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzt Mal. Bleibt oben. Push weiter. Nur die Beine sind stabil. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Kurze Pause ablegen. Rollt euch zu eng zusammen. Jawohl. Wir machen genau das gleiche. Gleich nochmal. Nur kurz, damit euer Baum ausruhen kann. Falls ihr überhaupt was spürt. Ansonsten zwei Kilo. Leck. Beine in Bereitschaft. Also 90 Grad. Weg vom Boden. Hände zu den Schläfen. Wir gehen hoch. Halten wieder. Und dann gehen wir wieder tief. Und los geht's. Hoch. Tief. Hoch. Hoch. Langsam tief. Hoch. Langsam tief. Hoch. Wenn ihr tief geht, langsam mit runter und rückt ab. Hoch. Tief. Ellenbogen zeigen nach außen. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Noch vier Stück. Hoch. Tief. Also ich spüre meinen Bauch. Hoch. Ich hoff hier langsam auf. Tief. Noch drei. Hoch. Tief. Noch zwei. Hoch. Tief. Letztes Mal. Ihr bleibt oben. Handfläche lang machen. Handfläche zeigt Richtung Deckel und kleine Push. Ab und zu schon schwierig, alles zu beschreiben. Aber hoffentlich könnt ihr ab und zu auch über meine bescheuerten Worte etwas grinsen. Dann ist alles einfacher. Ihr pusht ja immer noch weiter, hoffentlich. Jawohl. Wer wieder möchte, die Beine irgendwie lang machen und wieder zurück. Ihr seid selber euer Herr. Das heißt, ihr dürft die Geschwindigkeit selber entscheiden. Vier noch. Oh nein, nein, nein. Noch. Wir machen noch kurz ein bisschen weiter. Ihr spürt bestimmt noch nichts. Vier. Drei. Zwei. Beine sind stabil. Und Push, Push, Push. Kommt noch ein bisschen mehr, wenn es geht vom Oberkörper her hoch. Aber nicht die Knie näher zu euch ran ziehen, sondern die bleiben schön weg für euch. Vier noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Langsam abliegen. Die Beine ein bisschen breiter wie Mattenbreit hinstellen. Ein bisschen weiter weg von euch. Handblechen nochmal auf Spannung. Zur Decke zeigen. Und ihr geht von Seite zur Seite. Ja, aber ihr dürft schon loslegen, falls irgendjemand nicht weiß, was ich meine. Das ist die Bewegung. Aber versucht quasi innen reinzukommen. Also innen seid ihr von eurer Ferse. Damit ihr noch mehr die Neigung habt. Und wenn ihr gut an eure Füße hin kommt, stellt sie einfach ein bisschen weiter weg. Damit ihr noch ein bisschen mehr arbeiten dürft. Bis nur zu eurem Besten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal im Übereinander. Seite. Haltet, haltet, haltet. Komm zur Mitte. Andere Seite. Haltet, haltet, haltet. Komm zur Mitte. Seite. Haltet, haltet, haltet. Mitte. Seite. Mitte. Seite. Mitte. Seite. Mitte. Seite. Mitte. Seite. Mit ihr schneller. In eurem Tempo. Rechts und links. Hup. Hup. Falls ihr mein Tempo nehmen wollt. Atmet schön aus, wenn ihr mal auf die Seite geht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Abliegen. Beine zusammenpressen. Auch die Zehen zusammen. Und jetzt schiebt euren Popo langsam nach oben. Die Beine sind ganz fest zusammen. Halt, halt, haltet. Hüfte oben. Arme lang machen. Hüfte oben. Wer kann? Einen nach oben, einen nach unten. Und wechseln. Und wechseln. Jawohl. Komm. Und wer jetzt noch kommt. Ihr seid ja ganz schmal. Die Arme gehen einfach hoch und tief. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Beine auf, auf, zu, zu machen. Aber nur, wenn die Hüfte oben bleibt. Also so gut wie oben. Macht das alles in eurem Tempo. Die Arme sind nebensächlich. Die Beine sind wichtiger. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, die Beine auf, auf, zu, zu. Und die Hüfte oben lassen. Juhu. Lass die Beine jetzt ungefähr so hüftbreit offen. Und mach nur weiter mit den Armen. Schön Popo oben lassen. Noch vier. Drei. Zwei. Und lass die Arme oben. Die Hüfte ist immer noch oben. So hoch ihr könnt. Schieb die noch ein bisschen höher. Haltet durch. Schulter weg von den Ohren. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und Arme tief. Ihr könnt die absetzen. Aber dafür bleibt die Hüfte oben. Und ihr schiebt ein Bein hoch. Absetzen. Anderes Bein. Hoch. Absetzen. Hoch. Absetzen. Und wer die Hände nicht braucht, als Hilfestellung, Richtung Becken. Jawohl. Hoch. Absetzen. Aber nur die Hüfte, die Hüfte bleibt immer oben. Nur die Beine absetzen. Hoch. Absetzen. Jawohl. Hoch. Absetzen. Noch vier Stück. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Noch drei Stück. Nur noch zwei. Komm, die schaffen wir auch noch. Allerletztes Mal. Und dann bleibt ihr immer noch oben. Beide Beine sind auf dem Boden. Und ihr schiebt die Hüfte so hoch, wie es geht. Popo anspannen. Ganz fest zusammenpressen. Acht. Die letzte Hände. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und ganz langsam absetzen. Knie zu euch ranziehen. Und mal ganz nahe machen. Bisschen nach rechts und links rollen. Topp legt locker auf den Boden. Stellt mal eure Beine auf. Legt die Arme rechts und links von euch weg. Und kippt die Beine in eine Richtung und schaut zur anderen Seite. Dann kippt die Beine in die andere Richtung und schaut zur anderen Richtung. Zur anderen Seite, besser gesagt. Komm mit den Beinen zur Mitte. Beide Arme mal nach oben. Über eurem Kopf auf dem Boden liegen lassen. Und jetzt tut es so, wie wenn ihr Äpfel pflücken würdet, damit ihr seitlich eine Dehnung spürt. In der unteren Achsehöhle, in der Achsehöhle, wie auch immer. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Ein Knie zu euch ranziehen. Das andere Bein lang machen. Diagonale Hand greift das Knie. Die andere Hand legt sich auf die Seite. Und dreht euch ein. Atme tief ein und aus. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Nehmt das Knie zu euch. Nehmt das mal mit der gleichen Hand. Die andere Hand. Jetzt zieht es auf die Seite. Und kippt einfach mal euer Knie auf. So, wie es geht. Ohne, dass ihr euch um etwas brecht. Ihr könnt gerne einfach auch in die Richtung reinrollen. Der Kopf kann auch in der Richtung rein, in die das Knie gegangen ist. Stellt das Bein langsam auf. Holt das andere Knie zu euch. Macht das andere Bein lang. Diagonale Hand greift das Knie. Die andere auf die Seite. Und dreht euch mal ein. J AKA an, wie es geht. Und wie sparks das Knie atmet los. Und wie es geht. Das Knie hat, wie es geht. Und wie es geht. Und wie es geht. Gee whoft die Seite so... Musik und ich Bless... Noch vier, drei, zwei, Knie lang, kommt zurück. Haltet mit der gleichen Hand auf der Seite das Knie, andere auf die Seite legen und legt das Knie mal auf die Seite. Falls ihr da nicht mehr mit der Hand hinkommt, ist das nicht so schlimm. Gebt einfach euer Knie auf die Seite. Nehmt langsam das Knie ganz fest zu euch und rollt euch mal in die Sitzposition. Kommt in die Vierfüßlerposition. Wenn ihr in Vierfüßlerposition seid, eine Handrichtung decke und schaut hinterher. Langsam zurück und die andere Seite. Kommt langsam zurück. Ein Bein jetzt nach vorne zu euch. Schiebt es noch ein bisschen mehr vor, mehr vor, mehr vor, sodass ihr quasi gar nicht übers Knie rollt, sondern auch gar nicht mehr auf dem Drauf seid. Und schiebt euren ganzen Oberkörper nach vorne, damit ihr schön ein bisschen Hemd, also unterer Oberschenkel spürt oder auch Hüftbeuge. Das haben wir ja vorher schon trainiert. Macht euch schön lang. Hinterer Fuß ist auch schön lang auf dem Boden, also nicht die Zehen anspannen oder so. Haltet noch kurz durch. Noch vier, drei, zwei, komm langsam zurück und nehmt das andere Bein vor und schiebt es auch so weit vor. Guckt, dass ihr quasi euer ganzes Gewicht nach vorne lehnen könnt, damit ihr wirklich den unteren Oberschenkel und Hüftbeuge ein bisschen Dehnung spürt. Noch vier, drei, zwei, komm langsam ein bisschen zurück. So, dass ihr hochkommt im Oberkörper, stellt euch ab und kommt langsam ins Stand. Schulter mal ganz groß nach hinten kreisen. Arme auf die Seite, Handflächen nach hinten abknicken. Jawohl. Haltet, schön Brust raus, die Arme so weit nach hinten wie es geht und die Handflächen, wie gesagt, nach hinten abknicken. Jetzt ganz langsam ein bisschen tiefer, haltet, nicht ganz tief, noch nicht. Noch tiefer, haltet. Und jetzt zusammen, einhaken und die Arme so weit weg, wie es geht von eurem Rücken. Schön Brust raus, Kopf schönste Doppelkind, dass ihr könnt, für heute Abend. Und haltet, nicht den Kopf nach vorne, bleibt schön gerade. Ihr spürt, dass ihr die Schulterblätter ineinander reinschiebt. Vielleicht spürt ihr das. Hoffentlich. Noch vier, drei, zwei, letztes Mal kurz ein bisschen locker lassen. Alles locker machen, alles, alles, alles. Vielen, vielen Dank.